Das Immobiliengeschäft ist ein bedeutender Geschäftszweig der Sparkasse. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden hervorragenden Service, Dienstleistungen rund um An- und Verkauf von Immobilien mit einer Truppe von Spezialisten, die sich hier hauptberuflich um nichts anderes kümmern als um das Immobiliengeschäft in der Region. Mein Name ist Karin Becker. Ich habe jetzt ein Alter, wo mir das Haus einfach zu groß wird. Ich lebe allein und kann die Gartenarbeit nicht mehr so machen und habe mich entschieden, eine kleinere Wohnung zu nehmen. Ich heiße Vicky Plitt, bin 49 Jahre alt. Ich bin schon sehr lange Sparkassenkundin und deshalb habe ich mich auch für das Immobiliencenter entschieden. Wir bieten den Verkäufern einen Rundum-Service an. Das heißt, von der Immobilieneinschätzung bis zum Verkauf übernehmen wir alle Leistungen. Wir als Sparkasse haben einen Zehn-Punkte-Plan, in dem wir den Kunden von vorne bis zur Schlüsselübergabe betreuen. Beginnen tun wir bei einer Objektbesichtigung und Aufnahme der Objektgegebenheiten. Anschließend ziehen wir uns zurück und machen eine Wertermittlung. Und auf dieser Basis werden wir dann in der Vermarktung starten und schauen, dass wir das passende Käuferklienté ansprechen. So ging das eigentlich ruck, so schneller als ich gedacht habe. Innerhalb von drei Tagen war der Herr Humberg da, hat mich toll beraten und keine Woche und das Haus war weg. Nachdem vorgemerkte Sparkassenkunden das Haus besichtigt hatten, haben wir mit der Werbung angefangen und das erste Kundenpaar, das das Haus nach der Werbung besichtigt hat, die haben das Haus jetzt auch gekauft. Wir erreichen ja das Bestmögliche für unsere Kunden, indem wir unseren Markt kennen. Wir kennen Koblenz, wir kennen die Immobilienpreise in Koblenz und wir wissen ganz genau, was wird heute in Koblenz gesucht und was wird auch heute in Koblenz verkauft. Und somit können wir unter den optimalsten Marktkenntnissen die zwei, den Verkäufer und den Käufer, auch zusammendringen mit dem tollen Ergebnis, das im Schluss beide zufrieden sind. Die Sparkasse Koblenz verfügt über eine Ausgiebeinteressentenkartei. Wir gleichen das genau so ab, dass der Kunde uns vorher dann angibt, wo er genau sucht, was er sucht und was die Immobilie kosten darf. Dieses wird gleichzeitig auch bei der Sparkasse Koblenz während eines Finanzierungsgesprächs abgeglichen, sodass wir anschließend die Möglichkeit haben, den Kunden für sie auszuwählen, der auch ihre Immobilie kaufen kann. Als Service kümmern wir uns für unsere Kunden natürlich auch um passendes Terminmanagement, da wir häufig auch bewohnte Objekte vermitteln. Ich brauchte mich um nichts zu kümmern und das war mir ganz recht. Wir haben uns über E-Mail ausgetauscht, WhatsApp-Nachrichten geschrieben und das ging ganz, ganz problemlos. Für uns ist es unheimlich wichtig, dass wir Menschen zufriedenstellen, dass wir Verkäufer glücklich machen, ihr Haus zu verkaufen. Wir sind uns sehr auf der Aufgabe bewusst, dass wir uns über den größten Vermögensgegenstand unserer Kunden unterhalten. Wichtig ist auch, dass wir zufriedene Käufer finden, glückliche Familien, die ihren neuen Lebensabschnitt in ihrem eigenen Haus, ihrer eigenen Wohnung verbringen können. Der Service des Immobiliencenters der Sparkasse hat für mich einfach rundherum gestimmt. Ich wurde von Anfang an sehr gut persönlich betreut und kann deshalb sagen, ich freue mich jetzt uneingeschränkt auf meine neue Wohnung. Mein Partner ist die Sparkasse. Mein Partner ist die Sparkasse.